Musik Die Golf Range hat vor über 20 Jahren damit begonnen, mit einem innovativen Konzept, den Golfsport für jedermann zugänglich und erschwinglich zu gestalten. Wir sind nah an die Städte gegangen, haben dort Neunlochplätze mit großen Übungsbereichen installiert und das Angebot wird hervorragend angenommen. Mittlerweile haben wir 15 Anlagen in Deutschland und Österreich und über 80.000 Kunden nutzen täglich das Angebot der Golf Range Anlagen. Wir haben verschiedene Spielflächen, unter anderem das Fairway oder das RAF. Auch haben wir Grün oder Vorgrün. Normalerweise pflegen wir die verschiedenen Bereiche mit verschiedenen Maschinen, die spezialisiert sind auf die jeweiligen Flächen. Musik Warum kann man nicht Mäher, die es im Landschaftsbau oder im Gartenlandschaftsbau, in den Privathaushalten gibt, nicht auch auf einem Golfplatz installieren? Dann kam Husqvarna mit den richtigen Mähern. Wir haben begonnen, hier in München-Brunntal auf dem Drei-Loch-Übungsplatz sieben Automower zu installieren. Insgesamt dazu noch drei Stromsäulen, sodass die Automower versorgt sind. Jeder Automower hat seinen eigenen Bereich mit einer angepassten Schnitthöhe. Wir haben dann einmal das Fairway eben mit 15 Millimetern und dann das Semiraff mit 4,5 Zentimetern. Nach knapp einem halben Jahr, muss man sagen, sind durchweg alle total überzeugt. Angefangen vom Greenkeeper, der es mit Sicherheit am besten wissen sollte, bis hin über unsere Geschäftsführung und die Kunden gibt es durchweg positives Feedback. Die Qualität auf dem Übungsplatz ist top. Bei meinem Spiel haben mich die Rasenmäher überhaupt noch nicht gestört. Sie sind lautlos. Ich bin ziemlich zufrieden oder begeistert vielleicht sogar. Sondern es ist wirklich glatt, wie auf dem Wohnzimmerteppich. Also man muss sagen, dass die Automower wirklich richtig gut ankommen bei den Kunden. Sie werden liebevoll von allen Dingen auch schon Pfiffi genannt. Also weil sie einen Miteinander mit den Kunden zusammen haben. Und man muss wirklich sagen, dass die Leute es sehr, sehr gut annehmen. Ich denke, das Resultat ist perfekt. Wir hatten dieses Jahr einen sehr heißen Sommer und wir haben fast kein Wasser auf dem Dreienlochplatz gebraucht. Die Abschnitte sind so klein, dass das Wasser sofort zurückgeführt wird, was sich in dem Gras befindet. Sowohl wie auch die Nährstoffe direkt wieder zurückgeführt werden. Wenn man es hochrechnet, ist natürlich ein Roboter mehr günstiger wie ein Angestellter, der auf der Maschine sitzt. Am Anfang waren die Mitarbeiter natürlich gar nicht begeistert, weil jeder dachte, es werden Arbeitsplätze reduziert. Mittlerweile sind sie aber auch ganz begeistert von der Qualität. Wenn wir tätig sind, haben wir mehr Zeit für andere Arbeiten, weil sie uns sehr viel Arbeit abnehmen. Du kannst zum Beispiel andere Arbeiten machen, so wie Bäume schneiden, Hecken schneiden. Und die Sachen, die was den Bunker machen, die was dann Schönheitspläge, das was die Maschine nicht mehr machen können. Und das ist natürlich ein wissender Vorteil. Fleet Service ist für mich eine gute App, ein gutes System, da ich mit einem Blick sehe, was bei welchem Meer kaputt oder eben auch nicht kaputt ist. Das ist der größte Vorteil für mich, ja. Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sind absolut positiv. So werden wir sicherlich in Zukunft darüber nachdenken, auch mal einen neuen Lochplatz zu pflegen. Und da wir eigentlich wissen, dass auch dies funktionieren würde, ist es sicherlich nicht ausgeschlossen, auch mal groß gedacht darüber nachzudenken, auch wenn nicht alle 15 Plätze zukünftig mit Husqvarna Automohren fliegen.